Das, was wir momentan erleben, ja, das, was hier auch so mit der Zeit passiert, ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ja, also das ist, eine Woche ist wie ein Tag, ja, das ist, ja, wer hat die Zeit geklaut, ja, also das ist sensationell, wir bewegen uns jetzt immer mehr in diese Zeitlosigkeit, weil, ja, wir wissen ja, es gibt weder Zeit noch Raum, ja, alles geschieht im Jetzt, alles geschieht im gegenwärtigen Moment, das, was du in diesem Moment fühlst, sind Dinge, die aus deiner Vergangenheit kommen und das sind Dinge, die du bereits aus der Zukunft wahrnehmen kannst. Du selber bist der Schöpfer von allem, was du in deinem Leben vorfindest. Alles das, was du wahrnimmst, ja, egal ob das negativ ist, ja, negative Erfahrungen aus der Vergangenheit, egal ob das positive Dinge sind, die du jetzt schon spüren kannst, wahrnehmen kannst, ja, die du in der Zukunft erleben wirst, ja, all das sind Dinge, die du mit kreierst. Du hast es kreiert in der Vergangenheit und du bist jetzt in der Lage, es im gegenwärtigen Moment zu kreieren für die Zukunft. Du hast es kreiert in der Vergangenheit, die du in der Vergangenheit und du bist jetzt zu kreieren. Vielen Dank.